Musik Glücklich ist der Mensch, heißt es da. Glücklich ist der Mensch und wir können alle ergänzen, glücklich die Gemeinde. Das sieht man Ihnen und das sieht man Euch allen an. Ein Anlass zum Glück führt uns hier zusammen. Sie, Herr Kim, Sie, liebe Gemeinde und wir dazu, wir haben uns, wir haben Sie, wir haben uns gefunden. Glück hat im Deutschen etwas mit Gelingen zu tun. Das ist so eine Mischung zwischen alles tun, um etwas zu erreichen, aber man kann nicht sicher sein, ob es auch gelingt. Und wer Glück hat, der bleibt dankbar und das mit Freude. Denn er oder sie weiß, nicht nur mir allein ist das zu verdanken, dass etwas geglückt ist, sondern vielen anderen auch. Anderen Menschen, die mir geholfen haben, die glücklichen Umstände, der richtige Zeitpunkt, manchmal das Wetter, manchmal der Zug, der pünktlich ist, die Begegnung mit einem Menschen, der plötzlich da war und Zeit hatte. It just happens, darum Happiness. Herzlichen Glückwunsch also, Herr Kim, für Ihr Kommen, für diesen Dienst, den Sie in dieser Gemeinde versehen werden. Aber Glück geht noch tiefer. Sie, lieber Pastor Kim, haben in Ihrem Vorstellungsschreiben in unserem Gemeindebrief, und der ist auch in dem Liturgiebrief abgedruckt, dass sie in ihrem Studium die Überzeugung gewonnen haben, dass die Verwurzelung der Gemeinden in der Theologie wichtig ist. Und jetzt das Zitat, damit die Kirchen auf dem Wort Gottes wachsen. Wachsen auf und aus dem Wort Gottes. Diese Entdeckung macht ein Mensch aus dem ersten Psalm. Glücklich der Mensch, der sich freut über die Weisung des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm wohl. Glücklich ist hier einfach erst mal ein Mensch, der liest, der studiert. Und was liest er? Er liest die Weisung des Herrn. Er liest Gottes Wort. Der Mensch, um den das hier geht, ist ein Leser. Ein Theologiestudierender Leser vielleicht. Einer, der sich vertieft in Gottes Wort. Ein eifriger Leser. Und er ist ein Mensch, von dem dreierlei zu sagen ist. Etwas, was er tut, ja dem er sich hingibt. Etwas, was er lässt, von dem er sich zurückzieht. Und etwas, was aus ihm werden wird. Ein Bild für sein Dasein. Also zuerst, was er tut. Glücklich zu nennen, zu beglückwünschen, ist der, der die Schrift studiert. Das heißt, der das Wort Gottes betrachtet. Der es liest und liest und gleich nochmal liest. Und das ist natürlich auch der Traum eines jeden Pfarrers. Nicht nur glücklich zu sein beim Studieren des Wortes, sondern auch, wie die Mokscha-Gemeinde, eine Gemeinde zu haben, in der das Wort Gottes studiert wird. Nicht nur am Sonntag, sondern so, wie der Beter des ersten Psalms das auch tut, Gott beim Wort nehmen. In jedem Augenblick, Tag und Nacht, lesend, darüber murmelnd, singend, sprechend, nicht nur die Erfahrung zu machen, ich lese Gottes Wort, sondern auch aus dem Wort Gottes werde ich selber gelesen. Mein Leben, mein Tun, mein Lassen. Und dann ist da das Zweite. Das, was dieser Mensch lässt. Das heißt, er sitzt nicht bei den Spöttern. Das heißt vielleicht, er lässt sich nicht von denen beraten, die von Gott gar nichts wissen wollen. Das klingt ein bisschen eng in unseren Ohren. Aber zugegeben, manchmal braucht man das. Die Ruhe, das Für-sich-Sein, die Konzentration. Sie ist eine innere Abhängigkeit, die wir beim Studieren des Wortes Gottes gewinnen. Ich lasse mir meinen Weg einfach nicht von jedem vorschreiben, der sich als klug und zugewandt ausgibt. Das muss mich nicht immer beeindrucken. Ich muss mich nicht klein fühlen. Ich mache mir selbst meinen Kopf über die Dinge, über Gottes Wort, über die Geschichte mit seinem Volk Israel und die Geschichte des Volkes Gottes, der Kirche mit Gott zu studieren, lesen. Und sie haben sich dazu verpflichtet, darüber zu predigen. Das biblische Zeugnis, immer wieder neu hören, sich nicht verstören und keine Angst machen lassen. Glücklich zu nennen ist der Mensch, die Gemeinde, die innerlich aus Gottes Wort heraus wächst, Zuversicht hat und Frucht bringt. Und das, das ist schließlich das Dritte. Was aus einem solchen Menschen wird? Der Psalmsänger fasst das in ein Bild. Ein starker, ein gesunder Baum, an einem Bachlauf gepflanzt. Nicht flüchtig, sondern stetig. Nicht dürr, sondern fruchtbar. Nicht missraten, sondern gelungen. Ein Bild des Glücks, das von Dauer ist. Der starke Baum, er war gestern da, er ist es heute und er wird es morgen sein. Er bringt Frucht zu seiner Zeit. Er brachte letztes Jahr Frucht. Er tut es in diesem und er wird es verlässlich auch im nächsten tun. Ein Baum, stark, gesund, ehrwürdig, weil er schon so lange da ist. Länger als ein Menschenleben. So ist ein Mensch in Gottes Wort, in Gottes Liebe verwurzelt. Ein Mensch, den wir gratulieren können, den wir glücklich nennen können. Welch ein Glück. Es wird etwas herauskommen für sie, für uns, für die Gemeinde. Wir werden es sehen. Das ist uns versprochen. Jesus Christus spricht. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Diese Frucht wünsche ich Ihnen, Ihrer neuen Gemeinde und uns allen im guten Hirten. Amen.